Ich weiß, dass ich den Menschen das zurückkomme am Leben kann. Schick mal deine Weiße. Es gibt in Deutschland keine Zauberei. Du hast das nicht verhext. Und übrigens, die Welt soll auch noch freuen. Die Welt soll auch noch freuen. Und wir müssen schnell glauben. Das wird immer noch nicht ein echter Tod sein. Das wird immer noch nicht ein echter Tod sein. Das wird immer noch nicht ein echter Tod sein.